Einen wunderschönen guten Tag, da sind wir wieder. Wir arbeiten gerade unsere To-Do-Liste ab, unter anderem das Drums & Barbecue, was wir jetzt planen. Und das wird im August auf jeden Fall stattfinden. Und ich überlege echt ein Kochbuch zu machen. Was meint ihr? Was meint ihr? Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Mal abstimmen! Mal abstimmen! Mal abstimmen! Kochbuch machen doch nicht! So jetzt! Ich weiß nicht, ob das Sinn macht.